... ein guter Spieler, der in der Echipa 2 gewinnt hat... ... ein Goal-Win... Uriyev... Ja, die zweiten Bälle gehören in die Runde... Kaselin... ... gut abgelegt, super gespielt! Super gespielt! Rami Shedaev... ... kurz vor der Pause... ... natürlich bitterer Moment... ... aus Sicht der Deutschen 019-Auswahl... ... aber das war klasse gespielt... ... die kamen nicht in den Zweikampf rein... ... der zweite Ball wurde nicht gewonnen... ... und dann stark verteidigt hier... ... stark abgeschirmt von Kaselin... ... der den Überblick behält... ... hier gegen... ... zahler Klasse gemacht... ... gut abgelegt... ... und dann Rami Shedaev... ... auch da wieder... ... ich hab die Rückraumprobleme angesprochen... ... der Rückraum liegt wichtig... ... Konsequenz... ... abgedeckt... 2,1... ... und Schadone... ... ... Vielen Dank.